Das Fundbüro hat natürlich auch während der Kieler Woche geöffnet. Vor allem Schlüssel und Portemonnaies werden in dieser Zeit bei Katja Burkhardt abgegeben. Also Portemonnaies richtig viele, bestimmt 50, 60 Stück und Schlüssel vielleicht 30, 40. Sonst unterscheidet sich die Arbeit im Fundbüro zum Rest des Jahres nicht. Wir lagern, denke ich, zurzeit ca. 4000 Fundsachen hier bei uns im Büro. Jeder Schlüssel wird einzeln erfasst und so kommen diese hohen Zahlen natürlich zustande. Überraschend, diese Fundsachen. Handys erstaunlicherweise werden so selten abgeholt, weil ganz viele Menschen denken, es wird sowieso nicht abgegeben. Aber es liegt alles hier. Es ist wirklich schade. Auch Kurioses findet sich im Fundbüro. Also wir haben hier einmal Zähne, die sind nicht so schön. Und wir hatten eine Haarentfernungsmaschine, die auch tatsächlich versteigert wurde an einen Mann. Und das war schon ziemlich lustig eigentlich, die Geschichte. Ich glaube, der ist schon zwei Jahre hier, der war. Den habe ich schon übernommen, als ich hier angefangen habe. Und irgendwie ab und zu fällt der mir mal ins Auge und ich weiß gar nicht, wer gibt einen leeren Bierkasten ab. Naja, wir haben ja auch Kettensägen. Insofern, wir haben ja alles. Wir sind gut bestückt hier. Zurzeit werden hier rund 300 Fahrräder verwahrt. Und darum machen wir ja auch wieder eine extra Versteigerung, weil wir auch einfach den Platz benötigen. Es kommen alle zwei Wochen neue Fahrräder und unsere Kapazitäten sind einfach begrenzt. Und darum müssen wir sie verkaufen.